Teilhaben Alter guck mal wie kackig ich aussehe Er hat's doch schon dropen, ganz ja egal Wieso war's für nicht über dir? Ich hab, ich hoffe Windows ist da schon drauf, ja Ich mach erstmal ein Screenshot Wovon? Da ist ein Bild hier gerade Ist gut der Scan Das Problem ist, wenn du den Gestalt jetzt wechselst, dann sieht das anders aus Wie bitte? Ja natürlich Richtig Richtig Wotem, ja Da sieht man mal wieder, dass du nicht weiter als Whisky Delta Du bist die Delta auch Eisbescheid das hat er eigentlich an den Flügeln dran, wie Raketen, so Wasalen sind eingebautet! Moin! Wollte gerade reinflashen und damit somit Feuer reinpassen Nein, komm mal hier, komm mal hier Ach, da oben bist du? Naruto-Style, oder was? Der Skin ist geil, ist das bestimmt ein Degendary, oder? Keine Ahnung, aber ich bin einfach in die Lüge Der Skin ist cool, ey! Ja, das ist richtig geil Ich glaube, ich gucke mal gleich, was er kostet zum Lobel Wenn es so extrem teuer ist, der kann ich mir ja echt mal grün Den K-Kathos und Kasiks est Kas-Ks, Kas-Ks Kasadin, die treffe die ganze Zeit imtitel Die Kumpel ist Fisch. Das ist das erste Mal ausgewichen. Was für gar nichts, dass ich da auch einfach anhabe, ne? Ich verliegte die Schuhe. Das ist so wie die Wolfenfarbe. Jetzt möchte ich auch mal so ein Regenerationsteil einsetzen. Es gibt auch eindeutig nicht Blitzcranker, der Skins in mir. Ja, der ist nicht ganz so cool, dann ist er ja noch verkleidet. Wow, die kommen trotzdem noch hinterher, die sind alle zu schnell. Ja, Sven nimmst du das jetzt, oder? Gut, dann nicht. Ansonsten nehme ich es weg. Dann lag es doch mal. Ja, ich habe es gerade genommen jetzt. Das ist Sven, das nicht. Das ist meine Ecke, und ich habe es wieder einmal gemerkt. Das ist meine Ecke und ich habe noch zu machen. Ich habe einen Bedeutung ausgelöst. Das ist alles gut, das Sie selbst vollkommen. Der Bedeutung hat es wieder. Wie geht es das? Wir wollen auch von der Bedeutung von dem Schrauben zurücknehmen. Ich habe natürlich auch getötet. Lass im Klasson mit dem Schrauben kommen. Kassadin steht aus Schmerzen Wir müssen die Krüste zur Verfügung stellen und keiner will sehen Es ist umsonst! Ja, dann finden wir es wieder Wir können es umsonst zu haben Wieso wollt ihr es nicht? Ich möchte es kostenlos haben, nicht für umsonst Was? Wieso? Dieses Jahr kaufen sie es Da ist doch irgendein Haken da Was? 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 Ja, was? 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 Wie? Was? Was ist alles meins? Meine Eskorte Das Schildkrieg ist irgendwann auch was Hauptsache, mein Knall ist mein Egnall auf dem Kopf Das war so knapp, ich dachte, ich überlebe das noch Ach, wir strahlen nicht so weit rein Oh, die hat gerade so gedreht, richtig passt das nicht Ein Verbündeter dekoriert den Meeresboden Das ist ja voll scheiße Die Raketen machen so viel Schaden auf WIP Okay Was hätte ich mir vorhin gesagt, wenn ich ein Lead von Slimlot hatte, was ich anhatte? Was für ein Skin? Was für ein Lead von Slimlot hatte ich vorhin an? Lead M, Lead Out Und Snuff sagte ich, ich soll es da machen Wieso weiß ich das noch? Wieso? Okay, das war so schnell Die Schachtfunker! Oh, die Schachtfunker! Die Schachtfunker! Was ist nicht da, ich hatte für einen ReFormer Die Schachtfunker! Was ist nicht da, ich kann mich besser Diese Racketen, ey. Ich will was süßes hier haben. Warum? Ich weiß nicht. Wo ist die Mood schliessches Tower? Das Schuss Tower, oder immer? Wann? Gut dann, nicht das coole Ding, die dann... Oh Mann, was macht er da? Was macht er da? Ja, was soll ich sein? Komm, komm 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 Was? Nein, mich hat's auch noch... Oh, ich krieg ne Marke Ich bin ein klasse Auftrag Entschuldigung Ich habe die Oberfrüchte, genau. Jetzt steckt erst die Rakete ein, dann folgt sich damit. Sehr gut. Ich habe noch viele Raketen, ruhig zuhig hier. Wir müssen auch wieder im Tower kämpfen, richtig? Ja, wir müssen auch wieder im Tower kämpfen, richtig? Ja, das ist schon die ganze Zeit. Die Zeit ist schon in Tower, aber auch nicht mehr. rüber Ich bin schon wieder los hier Ich schieße jetzt auf den Tower. Was ist das denn für ein Schirm? Ein Haufen. Oh Mann, ey, dieser Scheiß... Klasse. Ich bin der Vitor zerstört. Der Tod ist getötet. Terminiert. Die Flut hat sich den getötet. Knützer. Der Tod ist die Welt. Der rennt noch rein, sehr schön. Der hat getroffen, cool. Cool. Okay. 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 Ich feier den Sohn, ey! Eindeutig Luft über die Hesa. Ich guck jetzt auch mal, ob's den gibt. Wie teuer auf so einigen. Ah, der wird bestimmt ein bisschen mehr kosten. Vermutlich mal.